Ja, guten Tag, mein Name ist Corinne Braun, ich bin aus Rehmagen, so wie unsere Firma Citroen und ich muss sagen, ohne Internet würden wir nicht leben, denn unsere Software läuft über das Internet und im Internet. Der Internetbrowser ist die Bedienoberfläche unserer Lebenssoftware und sie sieht so aus. Und inwieweit hat Sie das Internet persönlich verändert? Ja, mein ganzes Leben, meine Lebensgewohnheiten werden durch das Internet beeinflusst. Meine Hauptinformationsquelle ist das Internet, mein Hauptcommunikationsmedium, mein Hauptvertriebskanal, eigentlich alles. Inwieweit sind Sie persönlich denn Teil dieser Web-Ciety? Ja, ich führe ein öffentliches Leben im Internet, mein Profil ist in allen möglichen Foren und Communities, auf den fachlichen Plattformen, aber auch auf Facebook zum Beispiel.